hallo hallo zusammen wir melden uns heute aus gelsenkirchen und zwar sind wir heute mal nicht auf der achterbahn sondern im zoo im erlebnispark genau wir waren heute in asien alaska und in afrika mal eben spontan innerhalb von drei stunden ja und ich muss sagen ich bin total begeistert weil das ist ein riesengroßer zoo da lohnt es sich wirklich mal hinzukommen und unglaublich schön thematisiert viele tiere und wenig gitter wenig gitter ja unglaublich und tiere zum anfassen kleines elfchen habe ich heute streicheln dürfen also wirklich ein ganz ganz schönes erlebnis für die ganze familie sollte man mal machen wenn man mal ein bisschen zeit übrig hat die fahrt lohnt sich und man läuft auch einige also der schritt zähler das war fünf kilometer rundweg waren es schon ja also man ist sogar sportlich unterwegs und das wetter hält immer noch kein unwetter alles schön ja man muss ja wir sagen tschüss und bis neulich